Alter, das behindert es, das Let's Play der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bedrohs. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü Lütte, 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 Lütte und Lütte. Ähm, ja, wir spielen heute mal wieder Helene. Helene, Helene Fischer spielt auch manchmal auf Konzerten. Da hat sie viel Spaß dran und so, ne? Also, ähm, ja. Oh mein Gott, das ist Gommes XXXXXXL-Bett. Warum? Mach ich jetzt kaputt. Okay, mal gucken, was uns erwartet. Wer hier noch ist und auch immer Mann. Achja. Hier oben ist das Bett, ja? Ah, die Classic Map, die kenne ich gar nicht. Die kenne ich wirklich überhaupt nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Also auf der habe ich noch nie gespielt. Ich habe die noch nie in einem Let's Play von irgendjemandem gesehen. Boah, du bist auch ein Held, echt. Alter. Boah, Junge. So. So. Ich mach das jetzt. So. Weh, da rennt mir jetzt wieder. Digga! Renn mir doch nicht in den Weg! Ich hasse solche Leute. Es geht mir so auf die Nerven. Weißt du die... Was soll das denn? Digga! Ohne Scheiß! Was soll das denn? Digga! Die rennen mir voll in den Weg. So dass ich nicht weiter bauen kann. Und latschen dann einfach weiter und sterben. Weil sie denken, oh, die können ja weiter bauen, wenn ich nicht im Weg stehe. Warum verlässt er uns jetzt? Was soll denn der Scheiß? Danke! Tolles... Tolle Runde. Damit bin ich zufrieden. So kurz war, sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Ich nehme noch eine auf. Die hoffentlich länger ist. Bis dann! So. Jetzt sind wir zurück zu einer neuen Runde. Ah, die Runde habe ich schon mal gespielt. Und zwar zu fünft gegen einen einzigen. Also da waren fünf von rot, glaube ich. Und ich war alleine als blauer. Also die Runde habe ich nicht aufgenommen. Aber die war schon ziemlich ziemlich scheiße. Alter! Wenn sie sich jetzt was anderes als Steine kaufen... Wenigstens macht das eine. Wenn der jetzt runterfällt, ne? Kriege ich hier einen Rappel. Alter! Scheiße! Was soll das denn? Digga! Ich dachte schon, der baut nicht hoch. Ne! 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 Das ist nicht lol! Das ist scheiße! Lern ja zu spielen! Ne! 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 eine rüstung und dann gehe ich das mal ein die jahre ist kriegt er denn daher macht doch einfach so klack 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 und latscht einfach hier das ist nicht schwierig ach so ja super da kommt man nicht sonderlich weit ich hoffe nicht darüber dafür müsste ich ein bisschen höher sein und ich habe das schon irgendwie was macht er denn da was macht er da pisse ich mal vollziehe ich doch du sack ich warst du jetzt einfach dankeschön wer wer ist hacker wie du weg was lernt er da wer ist hier hacker infinity power 1 jemand verlässt das spiel einfach so ich krieg ein rappel also von uns also von den gegnern ist mir das relativ egal ich finde das halt auch scheiße wenn wir das einfach verlassen das spiel aber war ich das geht nicht die können wir nicht einfach das spiel verlassen und es ist einfach so ja ich habe keinen bock mehr auf euch aber ihr seid mir so egal diese hat vielleicht bock zu spielen aber da ist mir egal was soll das denn so jetzt ist man schwert holen dann blöcke es zu futtern futtern ja und für das erste war es das ich habe nur eben ein bisschen ein aber gott sei dank habe ich noch nichts wirklich angesagt also gott sei dank habe ich noch nicht wirklich gold eingesammelt ach der ist von grün grün ist ja nicht von uns cool toll digga warum haben wir in das bett nicht eingebaut aber wir alle denken die anderen sollen das machen ich muss hier was ich muss hier gold kriegen meine fresse irgendjemand kann das doch mal ich hätte es auch machen können aber ich war einfach schon drin egal naja das ist ja auch so was alles hacke wie alles hacke entweder schreibst du alles kacke oder nicht aber nicht alles hacke wer schreibt dann bitte alles hacke drückte die haben getrunken oder was naja habe ich jetzt keine lust drauf da habe ich jetzt keine lust drauf Ich kann ihm doch egal sein, Alter, ich mach da nicht, ich steh nur hier. Tja. Ne, Freundchen, daraus wird nix. Daraus wird nix. Wie gesagt, daraus wird nix. Das ist unsere Base, das ist die grüne Base. Alter, nervt der mich. Vielleicht kann ich ja Grün Rush nicht, guck mal. Habe ich ja eben schon versucht und ähm, ziemlich hart verkracht, ne. Ach ne, aber ich habe echt keine Lust drauf. Und ich werde verlieren. Das war wieder mal eine lustige Folge von Bad Wars. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr konntet mich immer ausmachen. Ähm. Ja, lasst ne Bedatung da, ne Bedat, da, 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 da. Äh, lasst ne... Hä? Hängt ein Kopf drin, okay? Ist es ein Kopfbaum? Äh, egal. Äh, lasst ne Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ähm. Ja. Kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Äh, bitte gerne auch teilen, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Das heißt, Akuma macht irgendwelche Spiele oder so. Tschüss. Tschüss.